Was ist offene Wissenschaft? Steffi arbeitet in einer wissenschaftlichen Einrichtung an einem Forschungsprojekt. Dafür benötigt sie Zugang zu einer Menge bereits existierendem Wissen zu ihrem Thema. Zum Beispiel besorgt sie sich regelmäßig aktuelle Forschungsliteratur aus verschiedenen Archiven in aller Welt. In der Regel ist dieses Wissen jedoch nicht frei zugänglich. Die Einrichtung von Steffi muss Lizenzgebühren an Verlage zahlen, die die wissenschaftlichen Artikel bereitstellen. Das ist ärgerlich, weil Steffis Einrichtung mit öffentlichen Geldern finanziert ist und auch die wissenschaftlichen Artikel häufig öffentlich finanziert wurden. Andere Forscherinnen und Forscher aus aller Welt arbeiten an ähnlichen Themen wie Steffi. Nur wissen sie oft nichts voneinander. Wäre es nicht toll, wenn Wissenschaft und Forschung so transparent und offen wären, dass Steffi immer und überall frei auf die Arbeit anderer zugreifen und sich offen mit ihnen austauschen könnte? Genau das ist das Ziel offener Wissenschaft. Sie möchte den wissenschaftlichen Prozess, von der ersten Hypothese über die Datenerhebung bis zur Veröffentlichung der Ergebnisse, für andere offen zugänglich, nachvollziehbar und weiterhin nutzbar machen. In einer offenen Wissenschaft machen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wie Steffi ihren Forschungsprozess transparent. Sie stellen ihre Forschungsdaten und Ergebnisse bei der Veröffentlichung unter eine freie Lizenz. Steffi kann so einfach auf die Daten und Ergebnisse anderer zugreifen und damit weiterarbeiten. Und die öffentlichen Gelder von Steffis wissenschaftlicher Einrichtung kommen ihrer eigentlichen Forschung zugute. Für Steffi ist es außerdem viel leichter, sich mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zu vernetzen, die an ähnlichen Themen arbeiten. Sie können ihre Ergebnisse, ihre Erfolge und Misserfolge offen miteinander teilen und voneinander lernen. Es wird für sie damit auch einfacher, ihre Forschung aufeinander aufzubauen. Cool! Wenn auch du deine Forschung offen gestalten und offene Wissenschaft in der Praxis ausprobieren willst, schau dir das Fellowprogramm Freies Wissen an.